Oh Gott Warte mal, das sind Gegner. Ich habe gerade gedanced Ich bin wieder direkt tot Och Digga, ich habe gedanced Kommst du raus? Das ist noch eh Ey, ich wollte ihn doch killen Der hat gehealt Ich glaube nicht, dass du killen kannst Die wollen nicht diben Und Ezreal ist victorious! Mhm, oh Gott Oh, ich bin tot Oh mein fucking Gott Pain Der macht so viel Schaden, der Lucian Der steht 3-0, nein Nein, Digga, warum gucke ich da nicht drauf Ich bin so wild Ey, ich wollte, ach man Ich bin auch so horrible Es ist unfassbar Ey, ich bin tot MEN Digga, das ist so ein Tilt, ne? Hast du mal in der Ult gesehen, Digga? Du hast ja mal in der Ult Lust Maybe, wenn die jetzt inten? Man, der Lucian hat halt Flash-Up. Fuck, Digga. Doch, nee. Ezreal Yuumi wäre viel geiler gewesen, bestimmt. Oh, das war gut von uns, actually. Oh, wie hab ich die da gehittet, die Dings? Oh, das war's mit der Irene da, glaub ich. Warte, die ist tot. Den. Nice. 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 Ich dachte nicht, dass wir das so gut machen. Digga, Nami schreibt Nice Damage, habe ich das ganz richtig gesehen? Ich hab's gar nicht gelesen. Ich hab's gar nicht gelesen. Ich hab's gar nicht gelesen. Ja, weil wir in die gepuppt einfach. What the fuck, Nice Damage. Aber ich dich eigentlich mitnehmen sollen? Dann schreiben wir gut, Alter. Ich hab's gar nicht gelesen, Alter. Die Nami soll auch mit meinem Ward anzubeißen. Fuck. Schelle dafür. Was gibt's für den Ward? Oh mein Gott, die fucking heal. Oh, cleanes Ding! LOL. Die war da drin. Ja, du hast sie actually gehittet. Holy Shit, das war... ... Lenkrakete einfach. Ja, Lenkrakete, Diga. Oh, die Navis, das ist aber... Die hasst du mich komplett. Können wir in den Portion Action. Oh, go, go, go! Juh, 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 Juh! Oh, Juh, Juh, das Game ist krank. Oh, ist das so ein. Nein, Skript, ist auch nicht so sauer, Alter. Skript? Hä, sie ist doch reingeflasht. Also. Oh, die Ulva geskriptet, Digga. Ich tank. Oder? Nee, du tankst. Ich tank. Digga, ich hab irgendwie... Ja, warum hab ich drei Kills? Du hast einen Kill bekommen? Ja, ich hab, glaub ich, einen mit meiner Ult gekillt oder so. Ich nahm ihn, glaub ich. Ja, ja. Und, wir strike. Wir strike. Ich glaub, wir overstayen schon ziemlich lange. Na, komm. Ich weiß einfach mal irgendwie die Scheiße hier durch und geh. Ja, ihr habt sie gehittet. Blubb. Noll, die Linie auch. Aber dafür hab ich, glaub ich, kein Geld mehr gekriegt. Fiedleifinger mit Lobby. Ich überlege, ob es Sinn macht. Ähm. Hallo da. Scheiße. Scheiße. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Shit, Digga. Schwierige Angelegenheit. Raus, raus, raus. Brauch. Raus. Na, 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 na. No, na, na. Tschau. Heu, er will. Huh? Na, na, na. What the heck is this Yumi Scripting Queue? Scheiße. Before the pizza downloads. Scheiße, Scheiße, Scheiße. I actually love it against Elia. Gegen Elia.